die 99 millimeter ist übrigens auch für die maschinenpistole okay also wenn man jeweils jemals eine finden ja wo sind eure quest hier gerade aus dem gebiet da wo ich jetzt wäre jetzt nämlich hier drüben südöstlich 450 meter südöstliche müssen wir machen alle wir machen so alle müssen jetzt warte mal jetzt bräuchte auch noch ein stein warte markus da war der graben 23 wer hat den wohl gebaut keine ahnung welcher das macht wahrscheinlich der blut selber ja sache es soll ich uns doch kurz die vier zeug machen bevor losgehen oh ja bogen brauche ich kein der rest ja also sagen wir so wenn es geht ein eisen verstärkter knüppel und stein da kommt man hoch ich werde euch dann hin da muss die mazze wieder zurück bringen und um das gogo gogo christmann blum ist an das erste ja die luft ist jetzt so rein ich bin voll schnell mittlerweile was kann ich warum warum ich so schnell rennen nehme ich weiß gerade was das war warte mal blum ist komplett weit weg und hier gibt es gleich auch oder ein dorf zum looten nein dann lasst es auf dem rückweg nach drück nach den quest machen ich glaube meine quest ist eh in dem dorf würde ich mal sagen ach man geht um oschen jetzt achtung chrono von links was geben die denn wenn man die abbaut die brennen doch keine ahnung wer da tausend abbauen soll in zeit bis sie dies bauen nicht nur noch dunkler sein oder warte mal das hier hier gibt es kohle hier diese brennende dinger ja doch diese brennende brennendes holz bringt kohle und holz ich muss jetzt 80 meter hier rüber bringt aber auch nicht viel kohle das kann doch nicht wahr sein ich habe wieder irgendeinen bauplug gefunden gerade dafür müsst ihr halt eine science ja 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 science glaube ich doch gerade hier schnitt fette ich muss das also hier irgendwo das ist ein baumhaus muss ähm 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 ein gegenstand sein den ich brauche oh da unten sind voll mega die spikes ich habe einen candy cane club gefunden alter geil ich habe kaffee gefunden gefällt dir meine neue waffe also was musst du jetzt hier machen äh in gegenstand finden wahrscheinlich in dem haus 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 wieder alle gab es die prägung ich habe hier fünf stück naja aber auf was für ein gegenstand ist die frage hier ist er hallo der wird mir nur wo bist du denn du bist 100 meter von uns weg ich krieg es halt nur oben angezeigt wo ungefähr ist ich würde mal sagen da unten war auch unten wahrscheinlich mir kommt das andere durch was war es sind einfach supplies die ich dann halt was geht hier sich das jetzt cowboy stiefel hinter dir was ist für eine junge hat dennoch das ist so ist so chemie anzüge so gasmasken und shit warum hast du die hier nicht eigentlich damit die klamotten habe ich seit da reinkommen noch mal eine schule in der armbrust mal hinten krisse kommen wir müssen die alle kaputt machen die frage ist alles waffenkisten glaube ich taschen eingang oh ja das sind alles waffenkisten shotgun jagdgewehr ak 47 stürmgewehr das hat ja schon und gewesen zwei compound bogen pistole gar schon box irgendwo geht es da dann runter im wohnzimmer da ist so ein kaputter bogen okay ich bin schon überladen das meinte ich wir sollten erst die quest fertig machen eigentlich aber ist egal das ist gut ja was geht hier ab man wo ich es generator war schon eine weihnachtsmütze auf was geht hier ab höhle das ist nur eine sache da haben die durchgegraben die freaks aha die sporttasche da oben wollte ich gerade looten warum hast du eine candy statt oh mein gott guck mich an guck mich an sonnenbrillige von will jemand gibt ein perception kann hier gönnt euch hier kann man stein abbauen will jemand eine baseballmütze oder ein oval ach warte mal den kann ich dir ganz oh ne der blumen will schießt noch einen brillen hat nö ok aha ja ich sehe die ak ich werde immer 6 hier ich habe einen schraubenschlüssel 5 ich habe einen kapuzenpulli wenn jemand braucht 14 cold 2 heat wenn ihr cool sein wollt ok keine küsse ne ne net mit dir hahaha wie geht es hier wieder raus das habe ich mich auch schon gefragt ja nein wir müssen uns jetzt irgendwie rausbauen wir haben aber nichts hallo da wenn das zelt zerstörst dann so ich hab die scheiße ja 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 nein ich bin draußen ach komm warum komm lieber auf der seite hier raus geht nichts kaputt ich glaube es ist jetzt eh alles kaputt ich gehe hier raus hallo also ich hab meinen eigenen ausgang gemacht jetzt ist es auf einmal wieder heiß ich bin draußen alter fast hier geht es so runter ja das habe ich mir auch gedacht okay okay dann 739 m in den süd wir sollten uns entweder eine sichere bleibe suchen oder zurück gogo vor rein können wir kämpfen wir sollen ja eh zombies töten bei der quest also ja da kommen ja noch mehr zombies jetzt warte mal schrauben musste was mein schraubenschlüssel was man hier alles rauskriegt alter ich krieg benzin kanister in massen ich habe bis zu 60 eisen polymer kürze eisenrohre mechanische parts alter da kriegt man fünf sechs verschiedene resourcen raus schaut mal lieber auf unsere umgebung es sind überall zombies grad das bringen wir nicht kommt um der idee auch keine ist halt schon 50 meter weg von mir ja wo bist du auch immer oh hier hast du das gefallen geld und chatons 400 geld und 300 chatons sehr gut ich sehe mich jetzt schon sterben das go da linke seite zombies die rennen